So, ich muss noch mal ne Runde gerenen. Was war's? Werde ich jetzt? Ah, dann geht's mal rüber. Ah, du Scheiße. Ernst? Ah, ne, machen wir mal. Schulte, äh, Schultfilter. So, warten bis die rüber kommen. Er wollte mich doch verarschen. Verarschen. Schweinebriester will ich abschießen. So, kommen wir noch rein rein. Und dann zurück. Ach, das dauert hier aber. Gehe ich noch überfluss. Unendlich. Das dauert aber durch die roten Putzdinger, ey. Serious Punkt nämlich einen absoluten Notfall. Und schon wieder welche Leute umgefallen. Flugzeug, irgendwo ne Welt abgestürzt. Äh. Ey, ich muss mich hier richtig konzentrieren. Guck mal, was hier los ist, ey. Das ist ja der Battlefield Schlacht hier. Aber, 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 hallo, ey. Boah, ich seh'n alle Namen nennen hier. Und ich mach' mir ganz schön Arbeit, oh. Boah. Pssch, pssch. So, ab Marsch. Energie auftanken. Und. Feuer frei! So. Diese roten Scheißdinger. Ich weiß nicht, was die immer so für ein Problem darstellen, aber die haben ein Problem mit mir. So. Emotionskiste kriegt man da aus und rüber. Und ich weiß nicht, wie viel ich hier nur abschießen. Der Finger wird mir langsam da oben. So. Ah, ist doch gut. Das ist aber bald, ey. Kommst du langsam mal zur Sache hier? Da hol mal ich die Dinger her. Ja, ey. Das ist ja wie WoW, geil. So. Erster Schaden. So. Ach, nicht jeder. Das war doch schlimmer, ey. So. 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 Was sagt die Uhr? 20 48 sagt die Uhr. Das heißt, ich geh jetzt langsam mal ins Bett. Und dann durch morgen. Und dann ist die erste Serious Sam Folge oben, ey. So. 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 So, Munition her. So, weiter geht's. Hallo, Trubale. Das geht auch. So. Und da ist wieder jeder Polergeist. So. 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 Untertitelung. BR 2018